Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich glaube, der ist abgesoffen, oder? Christian. Was ist denn da drauf? Na ja, wenn er so ein bisschen blockiert? Ach, da läuft die Summe schon hinten raus. Gut, dass du da bist. Ich hätte es allein nie gemerkt. Nee, nie, ne? Jetzt wirst du mal, gut, dass du gekommen bist. Kann sein, dass es abgesoffen ist? Nee. Wurde. Run! Ah, da habe ich gespickt. Vollgas was da hast du denn? Ja. Gibt den mal eine neue Kerze? Nö. Da filmt der hier. Es gibt ein Kurzvideo über zwei Minuten Motorstart. Glauben wir, das machen wir neue Kerze mal. Das ist ein Flugzeug. Nein, das ist Blödsinn. Die Kerze ist kaputt. Mach den Stecker wieder drauf und sei still. Die Kerze ist kaputt, Christian. Die Kerze ist kaputt. Die Kerze ist kaputt. Sie sind kaputt. Die Kerze ist kaputt. Die Kerze ist kaputt. Die Kerze ist kaputt. Die Kraft ist kaputt, total kaputt. Ja, ich sehe es. Erst mal das Bier ausdrinken vor dem Fliegen.